ist gelockt ja wie gesagt wenn er da fliegt dann fliege ich auch mit 500 schuss und das ding voll rein 100 wären es mir wert ne aber guck mal wenn der wirklich jetzt hier hoch geht und auf der höhe bleibt wirst du direkt wieder gekickt wenn du ihn triffst das weißt du weil es ist alles safe sondern dieses gebiet egal wie hoch naja aber fliegt auch irgendwann weg vielleicht auch über mich rüber das wäre natürlich ein heilenspaß hast du irgendwelche waffen weil ich habe jetzt nicht viel gefunden hier muss ich sagen ich habe ein paar ja ein paar eine habe ich noch im rucksack kann doch noch ein auto ich muss mal wieder abhauen von dir und gleich verkaufen ja weil jesus ja wo ist der typ hin was für ein typ aus dem helikopter weiß ich nicht er ist weggerannt er sagt hang da rein glaube ich werde sie ausgelockt da soll ich dich ja du bist wo aktuell auf dem tower auf den vorder also auf den auf der anderen straßenseite der tower straßenseite und du weißt schon was da oben gibt auch nur da ich glaube da oben auf den auf den dach von den Tauern draufliegten erst das Ding ich werde für pecks und ein ganz dick oder sowas genau rechts neben mir ist nicht da oben genau den hier ja warte mal ich guck mal ob da hin und ob ich da was sehe kann das fernglas auspacken hier sind doch hier hundert leute grad ich glaube ich mach da einfach mal den runner hin und pack mal alles was ich hab in dem vw golf rein ich mach das ich keine deckung geben ich kann ja von hier aus schießen ist ja kein problem ja gut ich kann ja einen scheiß Windschlester mitnehmen die stadt da kann ne die anfield war das die anfield ist nice oh rennst du da rennst du schon oder ist das der zirn nein 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 ich steh drin ich steh drin ok der kommt zu dir rein echt ja da ist jetzt drinnen hangar oh oh der will die karre wenn du die karre nicht in ruhe lässt lass ich sein vehicle nicht in ruhe aber wie geht sie geht direkt communication geht aus in der schweine spassi von gestern das ist wieder ja zeit lassen helikopter stirbt jawohl ha ich habe eine gute idee ist eine richtig gute idee ist der auf dem fahrersitz oder du der ist im fahrersitz das ist schlecht sonst hätte ich gesagt fahr mit den hierher fahr mit den hier vorbei und ich schieße ihn raus er geht raus der erste freundlich verpiss dich von der karre ja ich bin jetzt auf dem driver sieht okay dann braucht man den nicht erschießen wenn der helikopter in ruhe btw heißt was btw abkürzungen englischen btw 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 es ist oder zu stil und selbst sonstigen hier doch das hat er gestern schon gesagt was heißt das auf englisch ich bin der meinung du fährst das mit dem ding einfach so kräftig dagegen dass es zur seite fährt was ist mit der kamera perspektive los geht die kamera perspektive nicht mehr jetzt geht es wieder ab ab bei mir nicht gesehen außer dass das ding jetzt voll anstrengend zu zippeln jetzt dreht sich das ding wieder genau dahin ich bin aber bloß einmal rüber geflogen über das ding als ich das berührt habe das ist das bach immer wieder genau dahin zurück vor steht das ist das bach immer wieder genau dahin zurück vor steht ok dann würden wir es nicht wegnehmen können du flupst bei mir immer bloß durch das ding durch das klingt der sauer wenn du dagegen fährst ich schiebe das ding einfach hinten gegen die wand gegen schreit es wieder ich kaufe jetzt mal einen truck mal gucken was passiert ja kauf uns dann zwei autos oder wie oder was ähm lassen wir uns überlegen ja machen wir ja einer fährt jetzt urz der andere fährt dings hinter wo du meines zum lager genau wenn es überhaupt irgendwas klappen sollte vielleicht spawnt das ding auch immer drin ich bin tot warte mal mit spawnen grad Achtung Achtung ich muss mir kurz die Stelle markieren wo ich hin wollte so Military irgendwas war das gestern ne ne doch nicht Cargo Trucks was wollten wir denn MTRV genau MTVR so genau Achtung ich wette jetzt spawnen unsichtbarer Truck Achtung Achtung weg da weg da weg da weg da das dauert jetzt wirklich ein bisschen Zeichen rausgekriegt das ein bisschen dauert hat nicht einer geschrieben gestern dass er 20 Minuten aus dem Spawn gewartet hat von den Flugschrauben da ist er und er ist nicht unsichtbar naja aber gleich warte mal mach mal nichts ich mach gar nichts Unlock ich muss mich erstmal reinsetzen in die Karre Unlock immer noch Unlock naja sieht schon wieder sehr gut aus sieht schon wieder sehr gut aus Sieht doch gut aus bei mir sitzt du drinnen ja aber guck mal das Quad wo das steht das steht schon direkt hinter meiner Hinterachse was passiert wenn ich das Gas gebe pass auf das mit gewünschbar mit gewünschbar ooooh ooooh ist doch in Ordnung ähm fail bei mir hängst du da irgendwie komisch an der Kante fest gerade und packst du dich durch die Wand rein du machst ja ein bisschen alles hier mit deinen Fahrkünsten ja ich muss das Ding hier rumkriegen das ist halt kacke weil das mega lang ist und diese Einfahrt hier wow wir haben einen Truck wuhuu warte mal boah ich hör nichts wenn das Ding an ist ne so ich mach mal ganz kurz Lock MT VR frage mich was geh mal hin und frag mal ob das Ding gelockt ist ich frage mal fragen ja und dann würde ich ja ist gelockt aber achso ja ok we cannot access gear in a locked vehicle aber ganz kurz mach ich noch was und zwar save ich das Ding erstmal sonst ist das wieder weg nach einem runterfliegen von mir ja ähm und jetzt würde ich mal ganz kurz behaupten jetzt nimmt noch jemand das hier raus Undock jetzt nehmen wir mal das Zeug raus was da drin ist beziehungsweise wir nehmen das raus was wir noch haben wollen M8 möchte ich zum Beispiel haben Antibiotika können wir rausnehmen Bandagen eine Carwheel das ist sehr gut das checke ich mir mal ein jo ich nehme ein was zu essen mit dem neuen SD-Magazin oh Morphine schadet auch nichts glaube ich Morphine nimmst du und der Rest da drin ist den kann ich nicht mitnehmen also EpiPen nimm ich nicht mit und den Rest ne Antibiotika kannst du noch mitnehmen ja guter Rest kann weg da ist ein Briefcase drinnen gut echt sicher ja warte mal ja da ist ein Briefcase drinnen mit 3x10 Unzen Silberbachen ok steck's mal ein Alter hier passen 50 Waffen rein in das Ding und 200 normale Sachen also 200 Autoreifen oder soll ich jetzt mit dem Ding hier fahren oder willst du ein anderes holen ne ne ich hol dir ein anderes warte mal ach nö ich schmeiß jetzt nicht auf den Boden ne komm mal hier vor und pack mal alle deine Sachen hier in das Ding rein aber heute sind da keine Waffen drin was soll ich denn da reinpacken das Rad kann ich da reinpacken mehr hab ich nicht da es ist so Eigenbedarfstechnisch so Leute warum ist das Magazin wieder raus gib mir das oder hast du es weggesnackt bevor ich es genommen hab bestimmt hast du viel Magazin also ich hab bloß einmal M9 Standard 30 M9 Magazin hab ich gar nichts ok also wirklich nicht naja so passt schon äh mein Carreel packe ich da noch rein zack und mein Briefcase hier was ich habe stopp das Ding kurz ja jetzt kannst du es loggen hm ich glaub ich weiß nicht soll ich mir hier den großen Rucksack kaufen wir gucken ob wir welche looten können ich mein das Problem ist halt ich na das egal was denn ne 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 ja wenn du es nicht noch leisten kannst du hol ihn dann fahr ich mit der Carre hier was soll der Geil's ne 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 ach um Gottes Willen damit der scheiß Carre brauchst du glaub ich nicht anfangen die Kiste hier sehr stylisch das ist genau das gleiche oder? ne das ist nicht das gleiche warum kann ich das Ding nicht mehr verkaufen jetzt? du musst es vielleicht da auf die Stelle stellen da zum verkaufen ne eigentlich nicht muss bloß nah genug an den Typen dran stellen eigentlich ich glaub bloß ist nah genug der kneift schon seine Augen zusammen vielleicht tut ihm irgendwas weh Schwerter Menü ja kann ich nicht verkaufen ne ich glaub ich steh jetzt einfach auf den Spawn ja genau doch GAZ grey irgendwas verkaufen für einen Gold sell ah cool und welch ist es? gleich jetzt nice so was was hab ich jetzt noch? ähm 10 Unzen Gold und nochmal 7 Unzen Gold also 17 Trailer Menü ich kann ja auch einen normalen richtigen SUV kaufen aber der ist halt ein bisschen teuer ja das ist Quatsch äh alleine um durchs Gelände zu kommen würde ja auch Moppet schon reichen davon mal ab ne wir wollen den ja nehmen um Sachen richtig ich wollte grad sagen aber wir wollen ja die Sachen da rein packen und diese zu farmen älter ne der Wotnik der Wotnik den könnte ich dir kaufen Wotnik Ambulanz kostet natürlich eine Brieftasche ne das ist ein bisschen viel ne das ist Quatsch und Mensch wo war denn das Tutility Vehicles ist SUV UAZ was willst du noch haben? SUV und UAZ ah ne SUV kann ich dir nicht kaufen UAZ find ich cooler UAZ oh Gott hier gibt's hier 100.000 verschiedene Wotnik Ambulanz einfach den Standard nehmen oder was? ja ja oder was gibt's da zur Auswahl? ist egal gibt's nicht das kannst du nicht lesen UAZ untenstrich INS CDF RU annehmen TK ziel wie irgendwas ok ja ist wurscht das ist wurscht ran setzen und da mit der Axt was machen? Loll rechte Maus hast du drauf oder? move from oder muss man die ausrüsten vielleicht move from tool ich kapier's nicht der letztens im Tutorial hat bloß draufgeklickt und da ist der Baum umgefallen draufgeklickt im Sinne von davor gesetzt vor dem Baum und dann auf die Axt gedrückt hat er die ausgerüstet gehabt? nein geht da nicht ne hier hinten wär auch kacke gewesen das lohnt sich nicht wir bleiben da wo wir sind lass ich dir gleich nochmal ein Video gucken glaub ich warte mal lass uns mal testen wo? ach du scheiße 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 was denn? wow was denn? ja 490 kmh hier den Berg runter alter 1,2,3,4,5,6 Zombies ich hab noch welche gepullt hier du bist genau da durchgefahren wo die alle stehen das ist ja geil warte mal ich snipe eine Runde die snap doch nicht nur runter keine Muni ich kann ja so cool injekten wie der Typ gestern injekten injekten wie der Typ gestern so jetzt kommt's Achtung Zombie hab ich getroffen der Zombie ist tot Alter das Ding ist ja richtig geil die M8 Fiss doch mal hier Leute die M8 ist ja what the fuck die ist ja overpowered Leute mach doch mal hau mich doch mal blödest du? ne ne leu jungen die haben wir übelst weggenält jetzt die erstmal rein Zombies geklärt hier würde ich behaupten die M8 what the fuck ey das ist ja das ist ja Sniper frag mich was Einzelschuss mega geiles Gewehr das Ding ist nice ja so der Video hat ja gesagt es gibt Bäume die sieht man eigentlich auch die sind irgendwie anders und die kannst du bloß fällen in den Spiel hier ok frag mich nicht wie die aussahen nicht dass es hier sowas gar nicht gibt halt mal da ein safe mich ne Runde ich guck kurz oh das war ja aber ganz schlau was denn ja weil eigentlich muss man ne Waffe rauspacken und das hab ich dir die ganze Magazine auch noch rausgelegt haha muss ich jetzt alle einzeln einsammeln was ist denn das für ne Scheiße was was wie hast du was rausgefunden ja man muss einfach mit der AX wie so ein gestörter gegen den Baum hämmern und dann fallen da so Holzblöcke raus guck mal ja cool oh warte mal kurz warte mal kurz Loll, fehlen so Dinger da. Alter ist das viel. Nice. Packst du die einfach in die Karre rein und ich hämmer hier weiter an den Baum rum. Die können wir gleich zu Dings verarbeiten. Will ich halt nur nicht Axten irgendwie. Craft Lumba. Missing Toolbox. Oh ne. Wir müssen eh nochmal in die Stadt reinfahren. Ich weiß noch nicht ob man das Holz verkaufen kann, ob man bloß die Lumbas verkaufen kann. Die Autos rutschen. Ich hätte alles kaputt gemacht. Ja ich hab's gesehen. Schau mal alles. To add to tool belt, open back. Ich hätte ja meine Dings wieder. Da passen 178 sind Dinger jetzt rein. Fäll mal weiter ich mach das hier. Nein ich hab meine Waffe. Ach ne da ist er. Du mit deiner Waffe ey. Die geb ich nicht aus der Hand. Was hast du denn? Das ist dieses M240 mit Scope. Mach doch mal deine Karre hier rein. Ich denke da hast du gelockt. Naja. Also die Großen nicht, die Großen nicht. Machst du nur die Großen rein. Gears hätt rein. Gears. Also ausrüsten. Wie geht das? We're moving from tool belt. Naja. Oh. Was dann? Was hab ich mit der Schlaggedämpftpistole geschossen anstelle zu achsen. Ich achse, du lootest, läuft. Ich achse am ersten Baum, warte mal. Das ist ja cool gemacht eigentlich. Ja. So geht das. Na, mir kommt einfach gar nichts raus. Da geht's was. Hä? Hier, open back. Wer damit seine Maus völlig abrastet. Mir kommt doch nichts raus aus dem Baum. Ach doch, hier vorne liegt. Alter. Das reicht übrigens, wenn du dir gedrückt lässt. Der Axt dadurch genauso schnell. Baum fällt! In welche Richtung? Ah, okay. Zum Glück. Oh, Baum fällt. Guck wie das aussieht. Du sitzt bei mir direkt zum Baum zu reden.